Mein Name ist Farbtopf und du bist hier gerade auf meinem Kanal gelandet. Wenn dich interessiert, was ich hier auf meinem Kanal so betreibe, dann schau dir doch den folgenden Trailer an. Du bist immer herzlich auf meinem Kanal willkommen und ich wünsche dir viel Spaß beim Trailer. Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem nächsten Advent-Kanal-Türchen und zwar nämlich zum 18. Äh Gott, 18 ist schon. Ja, doch, 18 auch. Also wie hattest du? Äh, zu 17. Es ist der 18. Und hier ist der 17. drin. Hier sind wir gespannt, was wir da drin haben. Äh, hier werde ich noch mal kümmerieren, wie ich hier so ausmache. Ich kann jetzt nicht sehen. Hallo meine Lieben, ich bin Wiesolf Habtopf und ich bin hier heute bei Paul zu Gast. In seiner kleinen Hütte. Ne? In der kleinen Gartenlaube hier. Und wir machen heute ein schönes Lagerfeuer mit Stockbrot und ähm, was? Marshmallow. Marshmallow, oder? Dankeschön. Und äh, da werdet ihr gleich dabei sein. Also sehen wir uns gleich am Lagerfeuer wieder. Bis gleich. Hallo, ich bin hier zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mich gerade seht. Es ist sehr, sehr, sehr hell hier. Ähm, zu mir gerade, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich euch als schönes Licht, das ähm, per Fern, ähm, Sensor, ausgesteuert, äh, gesteuert wird. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Frank und ich begrüße euch zu euren kleinen Ankündigungsvideos. Und zwar werde ich mit meinem guten Kumpel... Ich werde natürlich aus dem guten Messengeländen, wie ihr könnt, von der FIFA, werden wir, äh, nochmal 2015 was machen. Und zwar werden wir hier, äh, hier in den zweiten Kumpel, Berlin versuchen reinzukommen, auch das direkt klappt, wie eine andere Sache, aber man weiß es nicht. Wir, äh, wir liefern uns wieder nicht, ob das, äh, nur für VIPs, in Anführungszeichen geht, oder auch für normal, aber das werden wir uns drehen. Und so würde ich mir sagen, dass ich auf jeden Fall, so, Ende August, Anfang September, ich kann's nicht mehr noch sprechen, aber so um den Dreh, also in Sommer noch, wird das, im Sommer später wird das auch sein. Und das wollte ich nochmal so als kleines Ankündigungsvideos loswerden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hallo Leute und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Poptopf und ich grüße euch zu einem neuen, zu einem neuen, ähm, Adventsgröner-Türchen und zwar ist es heute mit der 21. diesen habe ich hier, so, ihr könnt's gut sehen, ich wüsste, ihr könnt auch überklingen können, falls wir, die Kamera, äh, jetzt nicht ein Anlass ist, ich wollte mal gucken, wie es damit aussieht, ähm, äh, also los geht. Ein neues Mittwochs Video, ja, und ihr tritts los, let's go. Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung gestraft, bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler tritt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einem neuen Mittwochs Video. Wir kommen hier zum 8. Mittwochs Video, ja, was habe ich nicht einfach gemacht, also, es war letzte Woche vor diesen Ferien jetzt wieder. So, und jetzt kommt die Überraschung, ich habe mir, letztens, extra für euch, weil ich ja... Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Fabthoff, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, und zwar zum 9. Mittwochs Video. Ich hoffe, da fliegt ja richtig unser Michael durch die Lüfte von Los Santos, ah, Mist. Los, 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 los. Ähm, ich bin auch gerade am Schneiden vom 18. Mittwochs Video, das wird ja auch noch, äh, herauskommen, und dann kommt natürlich morgen auch noch, ich froh jetzt nicht mal, Freitag, morgen, ja, hautschlaußer, genau, kommt, ähm, morgen ja auch noch, der nächste Miene-Kraft, meine Minecraft-Part, Minecraft-Part, ähm, ich glaube nur 7 müsste es sein, oder es ist 7, ja. Ja, da kann ich schon sagen, klar, ich glaube, in dieser Folge habe ich, ich habe ja ein bisschen Vorprozess, wisst ihr, ja, ich glaube in der Folge habe ich was entscheidendes gefunden, was, ähm, mich dann, was mir auf jeden Fall hilft, ähm, in diesem Let's Play, und mir auf jeden Fall geoffen hat. Boah, alter Schwede, das war... Boah, ja, ja, ich hab auch ein blutendes Car. Geil, so, Bindung schaffen quasi gesehen, und, äh, eine bleibende Verbindung schaffen, und hier habe ich gerade Kohle entdeckt, das ist sehr gut. Leute, denn damit können wir dann, oah, äh, Fackeln machen, und... Ja. Also, bitte den Typen hier neben mir nicht beachten, ihr kennt ihr ja noch erst das Paul aus den guten Videos, den kennt ihr dann auch, der gute Typ. Mach mich nicht, hattest du mir nicht. Bitte, bitte, bitte haten sie alle, alle haten, ich verlinke ihn unten im Video. Ja, Baby, nimm meine Hand, ich hab alle schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank, und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Fackel, und willkommen zum fünften Urlaubslog. Und heute Nacht, vom vierten auf den fünften, seht ihr ja schon hinter mir, hat es geschneit, Leute. Habt ihr ja, glaube ich, auch gerade in dieser, in dieser, mit dem Sinken gelaufenden Vorschau gesehen. Es hat geschneit. Hier ist überall Schnee. Und, äh, wir können's mal ein bisschen umdrehen, können wir gucken, wo hier überall geschneit hat. Ich könnt gespannt sein, da fehlt über, äh, Schnee. Wirklich überall. Das Beste ist, man kann's jedem Schnee auch im Schnee machen. Und, ja, und, vielleicht, das, da kann man wieder ran. Kann man ja auch auf, 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 aufwerfen. Wenn das, wenn das, wenn das so jetzt aus. Also schon, okay. Und, mit der Kamera. Beim letzten Mittwochs Video war, da hatte ich noch Krücken. Das war nämlich das 16. Mittwochs Video, da hatte ich noch Krücken. Da... Hallo, mein Lieben, ich bin's wieder, euer Farbtipp. Und, ich begrüße euch zum 17. Mittwochs Video. Wie lang, lang ist es her, da gab es kein Mittwochs Video. Und... Und, die müssen wir gut liegen, oh. Hat das nicht mehr gehört? Hoffentlich nicht. Was ist ein Dämpfer? Das hat niemand gehört. Oh. Wir müssen hier, vorsichtig, ruhig. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Farbtopp. Und ich begrüße euch zur 10. Folge von GTA 5 Online. Ähm, zum Anfang würde ich mal sagen, ich habe hier, mir, ähm, jetzt, äh, gerade eben in der, äh, also, wo, hier nicht dabei war in der Aufnahme, mir ein, das ist mein erstes Motor gemacht hier. Das hatte so zwei Seitentasten, das habe ich auch ein bisschen aufgepeppt mit roter Farbe. Ähm, schwarz-weiße Reifen und roten Felgen-Typen da drin. Genau das hier. Und, äh, ja. Ich dachte, ich hätte auch hatte... Ich dachte, ich hätte noch Geld. Aber irgendwie bin ich jetzt da pleite. Und ich bin immer in der Sonne-Sitzung, bin jetzt in Level 17 Leute. Und, äh, oder, ich würde sagen, habe ich noch mal ein bisschen, ein bisschen eine Munition auch für die Sniper geholt. Und dann würde ich sagen, können wir auch heute wieder anfangen, ein bisschen Action-Schmerzen zu machen. Und, wie ich gerade höre, die hat eigentlich einen richtig guten Sound. Also, da gab es schon mal ein schlimmeres. Ich glaube, ich fang an hier. Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Pappdorf. Und willkommen zu einem neuen Mittwochs-Video. Also... Schön, dass ihr euch heute habt. Ich freue mich, dass ihr immer noch bei Projekt dabei seid. Ich begrüße euch zum zwölften Mittwochs-Video. So, Leute, das war's jetzt mit meinem kleinen Trailer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem kleinen Trailer wird gleich so ein bisschen, äh, lagend nahegelegt worden, was ich hier auf meinem Kanal mache. Ich mache Let's Plays, ich mache auch Vlogs. Oder, heben halt, ähm, ja, kleine Mittwochs-Video. Ist ja wie so ein Vlog, aber halt ein bisschen spezieller. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch einen Pulli rein und da noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.